Manchmal finde ich den Unterricht schrecklich langweilig. Dann schaue ich aus dem Fenster, ich male, ich werde hübbelig und wackele herum. Die Lehrerin schimpft mich dann immer, das finde ich schrecklich, denn eigentlich mag ich sie sehr. Lernen fällt mir immer schwerer, ich schaffe es einfach nicht, mich lange zu konzentrieren. Wenn mir meine Lehrerin etwas ganz allein erklärt, dann klappt es viel besser. Das war die Lehrerin.